Guten Morgen, Thomas. Möchtest du mit der Planung von Produktionshalle für Brosius Metallverarbeitung fortfahren? Guten Morgen, Synergy. Sehr gerne. Starte Planung. Starte Planung. Bau der Brosius Smart Factory. Achtung, Konflikte in der Planung erkannt. Stromerzeugung, Nachhaltigkeit, autarke Produktion von Verbrauchsgütern, Erweiterung der Produktionskapazität, einbeziehen, Ideen, Impulse der Mitarbeiter, Materialflexibilität, Laser, Laserleistung erhöhen, Automation der Produkt... Stopp! Ich glaube, ich brauche Hilfe. Erko wird kontaktiert. Moin, Thomas. Hast du mich erschreckt? Du weißt schon, der Erko-Button ist nur für Notfälle. Kasten. Ich plane für meine Firma Brosius den Produktionsstandort der Zukunft. Mit verbesserter Produktivität und dabei nachhaltig und unabhängig. Eine Smart Factory sozusagen. Schau mal hier. Ich möchte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Dann haben wir richtig Power für unsere Laserschneidanwendung mit dem Bistroniklaser. Und das komplett vor Ort. Hallo, Thomas. Habe ich dir was von Laser und Bistronik gehört? Moin, Bernd. War klar, dass du beim Thema Laser auftauchst. Ja, schau mal. Diese Photovoltaikarmee auf dem Dach, da planen wir doch lieber gleich zwei 8 kW Bistar-Fiberlaser in die neue Halle. Da kannst du deine Aufträge dann doppelt so schnell abwickeln. Photovoltaikarmee ist gut. Da hast du mindestens 750.000 Kilowattstunden im Jahr. Damit kannst du die ganze Halle mit Strom versorgen, inklusive der angeschlossenen Büros. Da bist du stromseitig komplett unabhängig. Wo wir gerade von Unabhängigkeit reden, wie sieht es mit einem vollautomatischen Blechhochregallager aus? Das bauen wir dann direkt hier, hinter der Laserschneidanlage. Deine Aufträge sind dann vollautomatisiert. Und das Material wird der Laserschneidanlage direkt zugeführt. Unsere Planmanager-Software steuert und überwacht parallel die Gesamtprozesse. Und so kannst du deine Effizienz in allen Bereichen steigern. Und wer verknüpft das nun gescheit mit unserem ERP-System? Schon passiert. Okay, wir haben jetzt ordentlich viel Strom und eine vollautomatisierte Laserschneidanlage. Eine Sache fehlt uns aber noch fürs Laserschneiden. Stickstoffproduktion vor Ort. Denn davon brauchst du richtig viel beim Lasern. Ja, das stimmt. Jetzt machen wir deine Smart Factory-Masen richtig smart. Und produzieren deinen benötigten Stickstoff selbst. Und zwar ganz einfach aus der Umgebungsluft. Mit unserer ERCO-P-SAL-Anlage. Die skalieren wir auf deine benötigte Bedarfsgröße. Und dann bist du auch hier unabhängig und nachhaltig. Die PSAL-Anlage läuft nämlich nur am Wochenende, wenn deine Laserproduktion steht. Die Stickstoffspeicherbatterie hält die ganze Woche. Und das Beste ist, die Anlage läuft mit dem Solarstrom von deinem Dorf. Übrigens, die Abwärme der Kompressoren der PSAL-Anlage nutzen wir im Winter, um deine Büros zu heizen. Genial. Tipptopp, Carsten. Aber ich als alter Tüftler sehe bei der Konstruktion eures Endcard-Schranks Verwässerungspotenzial. Wart mal kurz. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftsseiten an. Probieren Sie es später bitte erneut. Sorry, kleiner Spaß. Starte den Vorgang Synergie. Schau mal, Carsten. Funktioniert doch. Mega. Jetzt sind wir definitiv auch Kunden von euch. Also für mich steht die Halle irgendwie schon. Nicht nur für dich. Schau mal. Mit Erko und Bistronic haben Sie immer die richtigen Partner an Ihrer Seite. Für nachhaltige und unabhängige Produktion. Für eine smarte Factory. Erko, Bistronic, Broseus.